Hallo liebe KSC-Fans, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier spricht mal wieder der Niklas und ihr hört Folge 27 unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrotler. Ja, wir haben hier in unserer vergangenen Sendung über unseren ersten gemeinsamen Wildpark-Besuch berichtet in der neuen Saison. Fandten es unterm Strich ziemlich cool. Es gab aber eben halt auch Fans und vor allem auch Fans aus der Ultraszene, die es nicht cool fanden. Es gab keinen organisierten Support. Es gab Fans, die auch gar nicht ins Stadion gehen wollten. Warum ist das so? Ich habe mich deswegen mit dem Vorsänger Daniel Schneider im Karlsruher Fanprojekt betroffen, um eben genau darüber mit ihm zu sprechen. Es war sehr schön, mal wieder eine Folge in Präsenz aufzunehmen, jemandem gegenüber zu sitzen, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsabständen. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Der liebe Boris, mein Co-Moderator, konnte leider nicht dabei sein. Den hört ihr aber natürlich bald auch wieder hier in unserem Podcast. Ja, los geht's! Papropokal, Edgar Schmitz, das ist nicht möglich! Ja, jetzt fahre ich weiter in der Bundesliga. Der dieser Gräfer ist ein Rieser! Der gibt den Hafer und wie! Ja, Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu Gast zu sein, hier im Fanprojekt in Karlsruhe. Ist ja schon eine Weile her, dass du das letzte Mal bei uns in der Sendung warst, ist ein bisschen was passiert. Bevor wir mal anfangen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und seit wann bist du denn eigentlich schon in der Karlsruher Fanszene aktiv? Es gibt vielleicht ein paar, die dich tatsächlich noch nicht kennen. Da gibt es ganz sicherlich einige, die mich noch nicht kennen, das ist auch gut so. Also erstmal danke, dass ich hier im Podcast sein darf. Zum wiederholten Mal, ich bin Daniel Schneider, bin jetzt seit letzter Woche 48. Glückwunsch nachträglich! Dankeschön und bin seit frühester Kindheit KSC-Fan, das war also schon früher 80, also 1980, 81 war die erste Saison, wo ich zum KSC ging. Natürlich klassisch mit dem Vater an der Hand, also ich war an der Hand von meinem Vater. Und dann mit seit 85 Dauerkarte gehabt, das war dann auch die Zeit, wo mein Bruder einen Führerschein gemacht hatte und da war dann halt auch eine gewisse Mobilität dabei. Wie man auch zu Auswärtsspielen dann gekommen ist, mal nach Köln gefahren oder nach Gladbach und so, das war dann schon ein Abenteuer. Ja, und dann ist man da immer mehr reingewachsen und Ende der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre ist da schon diese Ultrawelle von Italien auch nach Deutschland rüber geschwappt. Und allerorts haben sich Ultrakruppen gegründet und in Karlsruhe gab es halt sowas noch nicht. Aber wir hatten halt ein immenses Potenzial an Leuten und haben sich aus den verschiedensten Bereichen, Fanclubs, Allesfahrer, haben sich halt Leute zusammengesetzt und haben gesagt, hier müssen wir auch, hier müssen wir die Kräfte bündeln, hier müssen wir was machen. Und haben dann damals 1999 die erste Karlsruher Ultragruppe Phoenix Suns gegründet. Da war ich auch Gründungsmitglied dann folglich und ja, der Rest, dann dürften dann wahrscheinlich die meisten kennen, die auch zum KSC gehen, seit einer gewissen Zeit. Seit mittlerweile 14 Jahren bin ich dann Vorsänger geworden damals und hatte eigentlich irgendwann mal, also ich hatte es eigentlich nur zur Aushilfe ursprünglich gemacht und mittlerweile ist es halt eine Daueranstellung worden. Aber ja, mal gucken, wie es jetzt irgendwann im neuen Stadion wird, da bin ich natürlich auch wirklich heiß drauf. Das wird ein Quantensprung nochmal werden und ja, mal sehen, was die nächste Zukunft jetzt bringt, wie sich das alles überhaupt entwickelt. Ja, seitdem du jetzt bei uns in der Sendung warst, hat sich viel getan, es ist viel passiert, vor allem sportlich. Der KSC hat sich in der zweiten Liga etabliert, hat letztes Jahr sogar fast um den Aufstieg mitgespielt, kann man fast sagen. Wir sind Derby-Sieger, wie hast du diese Meilensteine, kann man fast schon sagen, erlebt jetzt mit dieser Corona-Zeit ohne Fans im Stadion? Das ist natürlich jetzt eine direkte Frage, auf die ich jetzt antworten muss, mit was, was ich jetzt von mir aus nicht erzählt hätte, weil ich das jetzt an die riesen Glocke hängen möchte, aber in der Tat bin ich auch in der letzten Saison zu jedem Spiel gefahren. Ich war bei jedem Spiel vor Ort, natürlich nicht im Stadion, sondern davor, habe es auch immer versucht, wenn möglich, das mit irgendwas drumherum zu verbinden, so mit Ostsee oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, Altstädte, was weiß ich, und war dann aber trotzdem immer da, weil ich mir einfach diese Serie, die ich seit 2004 hatte, zu jedem Spiel gefahren zu sein, die wollte ich mir halt einfach nicht kaputt machen. War so ein bisschen eine Trotzreaktion. Und habe es dann durchgezogen und bereue ich es auch nicht, auch wenn es natürlich klimatechnisch eine Katastrophe ist, allein so viele tausende Kilometer zu fahren für eigentlich nichts, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und habe die Spiele auf die Art und Weise dann mitbekommen eben. Ja, und dass wir Derbysieger sind, ist ja noch aktuell. Wunderbar. Kommen wir ein bisschen in die Gegenwart. Jetzt war jetzt das erste Spiel im Wildpark. Ich selber war vor Ort und habe die Stimmung erlebt, habe aber auch mitbekommen, dass es einige Fans, beziehungsweise auch Ultras gab, die angekündigt hatten, dass es keinen organisierten Support geben wird oder sie dem Spiel sogar gar ganz fernbleiben. Was steckt denn dahinter? Du weißt ja sicher mehr. Klär uns doch mal auf. Genau. Also wir hatten ja schon auf unserer Homepage Ultra 1894 ein Statement rausgehauen, was schon mal die Beweggründe erklärt, warum wir momentan nicht im Stadion als Ultraszene auftreten. Und jetzt hat aber natürlich unsere Homepage auch noch eine gewisse Reichweite, die ist auch ein bisschen beschränkt. Und deswegen sind viele Leute tatsächlich relativ uninformiert, warum und wieso und weshalb wir das tun. Deshalb habe ich heute auch gerne die Einladung hier genutzt, um da mal ein bisschen zu informieren. Unsere Gründe sind, man kann so sagen, es gibt so drei Hauptgründe, warum wir einfach nicht Dienst nach Plan machen können. Der erste Grund, das sind die personalisierten Tickets. Jetzt kann natürlich jeder behaupten, zurecht behaupten, ja, aber eine Dauerkarte ist ja auch personalisiert. Aber es gibt halt keine Möglichkeit, zumindest auch aktuell nicht, sich einfach am Stadion ein Ticket zu kaufen. Oder das Beispiel Rostock ist ganz gut, um in Rostock im Stadion zu sein, musste man so einen Voucher sich besorgen, dann musste man zum Bahnhof in Rostock fahren, dort hat man dann seine Karte gekriegt und man musste mit dem Shuttlebus ins Stadion fahren. Ich war auch in Rostock mit meiner Frau und die ist auch ins Stadion gegangen und wir standen leider im Stau und ich habe sie dann, habe ich gedacht, dann bringe ich sie eben direkt ans Stadion. Sie hatte alles, was nötig war und da fing es schon an, die Polizei wollte sie nicht ans Stadion lassen, weil, ganz klare Vorgabe, nur mit den Shuttlebussen darf man ans Stadion fahren. Und daran sieht man schon die Art und Weise, die uns einfach extrem sauer aufstößt. Und sowas darf einfach nicht sein, auch nicht in Corona-Zeiten. Wenn jemand alle Richtlinien einhält und alles einhält, dann muss es auch möglich sein, dass man sich am Bahnhof seine Karte holt und dann aber mit dem Auto ans Stadion fährt. Oder es gibt ja auch massig Fans aus Norddeutschland, es gibt sogar KSC-Fanklubs in Norddeutschland, und die haben alle eigentlich keine Chance, zu diesem Spielland zu kommen, weil sie erstens keine Karte kriegen, weil sie wahrscheinlich auch keine Dauerkarte sich leisten können, aus logistischen Gründen oder weil es sich einfach nicht lohnt. Und die können eben nicht einfach sagen, ich gehe jetzt hier zum Spiel und gucke meinen Verein an, weil es einfach aus diesen Gründen gar nicht möglich ist. Und dann denken wir halt auch immer so mit einem, oder wir sehen auch immer mit einem Auge so Richtung Polizei, weil die Polizei, und das ist ja auch kein Geheimnis, die wird genau solche Maßnahmen, die jetzt hier zum Beispiel in Rostock gegriffen haben, die würde ich gern für immer einführen. So wie es zum Beispiel auch in Holland oftmals schon läuft. dass Fans nur zu einem Auswärtsspiel fahren dürfen, wenn sie vom Verein eine personalisierte Karte holen und in einem Bus steigen, der vom Verein organisiert wird. Das heißt, da gibt es keine andere Möglichkeit, zu einem Spiel zu fahren, wie über so eine gläserne Aktion, wo wirklich jeder vorher durchleuchtet wird. So was lehnen wir einfach kategorisch ab. Und deswegen ist das der eine Grund, warum wir im Moment den Stadionzugang eben, also das Betreten des Stadions meiden, so will ich sagen. Dann ist es für uns auch nicht tragbar, dass die Kapazität dermaßen begrenzt ist. Man muss immer dazu sagen, das Ganze ist kein Protest. Wir verstehen die Maßnahmen. Und wir greifen auch in keinster Weise den Verein an, der die Maßnahmen umsetzen muss. Die Maßnahmen machen Sinn. Aber nichtsdestotrotz gibt es Tausende von KSC-Fans, also ich würde tatsächlich sagen Tausende, die sich aus diversesten Gründen keine Dauerkarte leisten oder es nicht leisten können. Oder eben wie schon gesagt, es sind Fanclubs, in ganz Deutschland gibt es Fanclubs. Bei jedem Auswärtsspiel fast lerne ich Leute kennen, die aus dieser Umgebung kommen, aber totale KSC-Fans sind. Und zu einem Heimspiel im neuen Stadion, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, aber neues Stadion, Freitagabend, Heimspiel nach so langer Zeit, da wäre die Hütte so voll gewesen. Absolut. Und jetzt auf einmal, was heißt auf einmal, dürfen nur Dauerkarten rein. Das ist für uns einfach so eine gewisse elitäre Entscheidung, dass eben nur die, die sich eine Dauerkarte leisten können, ins Stadion dürfen. Und deswegen haben wir einfach aus Solidarität zu den vielen, vielen anderen gesagt, wir sind eine Kurve, da gehört jeder Einzelne dazu, da gehört jeder Fanclub dazu, da gehört jeder Jugendliche dazu, der neu dazukommt. Und deswegen haben wir aus solidarischen Gründen gesagt, so können wir nicht ins Stadion gehen. Es werden einfach zu viele ausgeschlossen. Heißt aber nicht, dass wir irgendwie dagegen sind, dass jetzt schon Leute zu einer gewissen Anzahl im Stadion sind und den KSC auch unterstützen, im Gegenteil. Und der dritte Grund ist die Maskenpflicht. Ganz einfach. Also jeder, der mir erzählen möchte, dass man mit einer Maske normal Stimmung machen kann und seinen Verein lautstark unterstützt, der hat noch nie, der hat noch nie wirklich in der Kurve gestanden, weil das geht einfach nicht. Viele Leute haben sowieso schon im normalen Alltag Atemprobleme mit den Dingern und einen richtigen lautsteigen Support, das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Und das sind die Gründe, warum wir gesagt haben, aus diesen Gründen können wir nicht den normalen Dienst nach Plan machen. Einfach zu sagen, das blendet mir alles aus, wir gehen ins Stadion und singen unsere Lieder und feuern an, als gäbe es diese Gründe nicht. Okay, du warst nämlich nicht im Stadion dann am Tag, oder? Obwohl tatsächlich mich sehr viele Leute gesehen haben wollen. Ich habe einige Nachrichten gekriegt, warum ich habe dich gesehen, warum bist du nicht aufs Podest. Ich weiß nicht, wen ihr gesehen habt, aber ich war es nicht. Ich war vor dem Stadion und ja, ich war nicht im Stadion. Inwieweit denkt ihr auch dann an die Mannschaft, weil es ist ja auch Support, der ausbleibt, man will ja die eigene Mannschaft zur Höchstleistung pushen durch die Fangesänge. Inwieweit denkt ihr dann an das Team? Natürlich zu 100 Prozent denken wir an diese Situation und auch an die Mannschaft. Wir haben natürlich auch mit der Mannschaft kommuniziert im Vorfeld. Wie lief das genau ab? Entschuldigung, das finde ich jetzt interessant. Na, wir haben ja auch Privatkontakt zu einigen Spielern und die haben sich natürlich auch gewundert am Anfang aufgrund der Situation, dass es eben die dachten halt, es wäre wirklich von 0 auf 100 wieder so wie früher und da haben wir die halt informiert und also die paar Spieler, die wir kennen, haben wir informiert und haben die halt darum gebeten, das in der Mannschaft kundzutun, dass es natürlich überhaupt gar nichts mit der Mannschaft zu tun hat oder dass es irgendein Protest gegen den Verein ist oder dass es Protest gegen die Corona-Maßnahmen oder irgendwas ist. Das sind einfach diese Beweggründe, die ich eben genannt habe und sobald diese Gründe nicht mehr vorhanden sind, kann sich jeder sicher sein, dass das Dach wegfliegen wird, wenn wir wieder im Stadion, wenn wir alle wieder, es war ja jetzt schon laut genug. Es war echt laut. Und man sieht, was da, und es war ja eigentlich nur halb voll die Tribüne, obwohl es natürlich irgendwie nach mehr aussah. Also die Süd hinterm Tor, die war so gut wie voll, da stand man schon so dicht an dicht. Genau, aber es gab halt an den Seiten noch so, aber wo da noch vier, fünftausend Leute reinpassen sollen, das ist mir auch ein Rätsel. Aber Fakt ist, die wird dann irgendwann, wenn da knappe zehntausend Leute drauf sein und dann Gnade jedem, jedem Gast. Dann brennt die Hütte auf jeden Fall, ja das stimmt. Das mit den personalisierten Tickets hast du ja gerade erklärt. Was müsste sich denn in deinen Augen jetzt ändern, damit für dich ein Stadionbesuch wieder zur Freude wird und wen siehst du da in der Pflicht? Also das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr heikle Frage beziehungsweise eine schwierige Frage, weil sich ja da beinahe täglich die Dinger auch ändern. Wir haben aktuell, gerade gestern, ein Gespräch mit dem KSC gehabt, wo es eben genau darum ging und aber wir, da kann ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil gestern schon das ganze Gespräch, was wir hatten, wir haben natürlich Informationen ausgetauscht, aber es ist, die haben im Moment darauf gewartet, dass die neuen Corona-Richtlinien rauskommen, die ja jetzt anscheinend nächsten Montag aktiv werden und da jetzt überhaupt keiner nur annähernd gewusst hat, was die beinhalten, man weiß nur, was jetzt für die Clubs in Karlsruhe gilt, das wurde ja schon veröffentlicht und dass es auch keine Maskenpflicht zum Beispiel mehr in Diskotheken gibt und dass die Kapazität voll ausgelastet werden kann, was ja grundsätzlich gut ist, Clubs und Diskotheken, die sollen ja auch wieder aufmachen, korrekt in der richtigen Menge, aber die Regelungen für den Fußball, die waren eben noch nicht draußen und da haben wir natürlich über verschiedene Szenarien gesprochen und wie wir da unter Umständen auch uns dran oder wie wir reagieren würden auf bestimmte Maßnahmen und wir haben tatsächlich auch ein paar Lösungsansätze schon besprochen, aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil da ganz schnell falsche Hoffnungen dann erweckt werden und nachher kommt eben eine ganz andere Maßnahme wieder raus, die das Ganze dann wieder im Keim erstickt und deswegen würde ich da, also es gibt diese Gespräche und es kann sich jeder, jeder wirklich sicher sein, dass unsere Herzen bluten und jeder, der meine und unsere KSC-Fan-Ehrlichkeit in Frage stellt und die Wahrhaftigkeit, dass wir KSC-Fans zu 100% sind, der, ich sag's jetzt nicht, aber der kann mich mal irgendwo, weil das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie uns in den Vordergrund schieben wollen oder dass wir Politik wichtiger finden oder dass wir irgendwelche Selbstverliebtheit an den Tag legen, sondern es hat einfach nur mit den Gründen zu tun, dass wir eben ab und an auch mal über den Tellerrand hinaus gucken und die Situation so bewerten und dann halt oftmals einfach sagen, Fußball ist unser Leben, aber Dienst nach Plan geht halt nicht immer. Ja, das kann ich auch voll verstehen. Ich war ja auch im Stadion und ich fand die Stimmung schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich war überrascht. Wir hatten schon ein bisschen Schiss, es wird Länderspiel-Atmosphäre, aber dafür war es eigentlich relativ laut, obwohl ihr natürlich gefehlt habt mit Trommeln und Fahren. Es war nicht das Gleiche, keine Frage. Jetzt meine ich aber auch, ein paar Ultras im Stadion gesehen zu haben. Gibt es da, ohne jetzt irgendwie interner auszuplaudern, was bei euch jetzt abgeht, gibt es da irgendwie auch unterschiedliche Auffassungen bei euch in der Szene oder warum waren jetzt ein paar trotzdem da? Also zunächst, also stimmt es, es waren ein paar im Stadion, weil wir natürlich auch jetzt keine Diktatur sind hier intern bei uns. Also wir sind weit davon entfernt, irgendjemandem zu sagen, was er darf und was er nicht darf. Und aus dem Grund gab es halt einige, die sich dazu entschieden haben, eben auf neutrale Art und Weise eben doch ins Stadion zu gehen, zwar eben ohne Fahnen und ohne das Ganze drumherum und auch ohne organisierten Support, aber eben um das Spiel zu sehen, weil sie eben auch sehr lange, wie wir alle, drauf verzichten mussten. Das wurde auch so akzeptiert, aber es ist natürlich nur ein relativ kleiner Teil, fällt natürlich auf, wenn da unten so ein paar bekannte Gesichter stehen, aber es ist von den Gesamten ist es doch ein relativ kleiner Teil, aber es war, also das haben wir natürlich auch gewusst, dass das passieren wird und ich kann es auch keinem verdenken, ja, dass er einfach den KSC sehen will, vor allem nach so langer Zeit. Auch wir sind kein homogenes, gleichgeschaltetes Gebilde, sondern auch wir haben alle möglichen Meinungen bei uns und deswegen muss man die einfach auch so akzeptieren und wir hoffen inständig, dass wir alle bald wieder an einem Strang ziehen und alle komplett einer Meinung sind und es nur noch um den KSC geht. Ja, um den KSC, um den soll es gehen auf jeden Fall, das finde ich auch und das sollte im Vordergrund stehen, dass wir unsere Mannschaft weiter unterstützen können, ihr auf eure Art und ich als Exil-Fan auf meine Art, ich bin ja auch ab und zu gerne mal wieder da, versuche so viele Spiele wie es geht zu machen. Jetzt haben wir viel über Fansupport gesprochen, blicken wir mal auf ganz Deutschland, du hast vorhin auch Rostock angesprochen, wieso gibt es deiner Meinung nach Ultrascenen, die trotzdem organisiert supporten und welche, die es nicht tun? Und Rostock hat man sehr deutlich gesehen, glaube ich. Naja, so ganz deutlich war es in Rostock jetzt auch nicht, weil, wenn man genauer hingeguckt hat, hat man auch gesehen, dass ihre Fahnen auch nicht hingen, was in der Ultrawelt schon eine gewisse Bedeutung hat. Da standen, die haben ja nur unter der Fahne alles für den FCH und haben aber natürlich supportet, ja, muss man, hat natürlich auch viele Leute gewundert, ja, weil, ähm, erstens, wie viele Leute, das war ja auch sogar, ähm, ich meine, letzte Saison, wo ja auch ein paar Spiele, Zuschauer rein durften, da erinnere ich mich dran, da waren beim KSC im ganzen Stadion, glaube ich, drei oder vierhundert Leute erlaubt. Und in Rostock irgendwie zehntausend. Und in Rostock war die Tribüne auch voll. Also das sind natürlich dann nochmal, das ist große Probleme auch an der ganzen Situation, das sind einfach auch diese leidigen, verschiedenen Maßnahmen und auch vor allem, wie sie umgesetzt werden. In, in Karlsruhe, äh, im, im Wildpark gibt es die Maskenpflicht, in Rostock gibt es zum Beispiel nur eine Maskenempfehlung, dass bei einer Maskenempfehlung natürlich nochmal weitaus weniger eine Maske aufsetzen beziehungsweise gar niemand, äh, ist auch klar. Und es wird halt einfach auch nicht so umgesetzt bei uns, äh, wie bei uns. Und, ähm, aber das Gros der Ultraszenen, kann man ja, sieht man ja auch, wenn man jetzt ein bisschen Fußball anguckt oder ein paar Bilder sieht, das Gros der, der, der Fußballszene äh, agiert eigentlich wie wir, auch unter den gleichen Gründen. aber, ähm, bin, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass das Ganze demnächst auch wirklich kippen wird. Also, kippen meine ich nicht, dass irgendwelche Szenen umkippen, sondern, dass die Situation kippt und es wirklich dieser, dieser, dieser Maßnahmenkatalog einfach so nicht mehr tragbar sein wird. Weil, wir haben einen gewissen, einen gewissen Impfstatus und wenn man das Ganze hier mit 3G zum Beispiel durchsetzen wird, dann hat man die geringstmögliche, das geringstmögliche Risiko und ich weiß zum Beispiel, hat der KSC, glaube ich, auch heute veröffentlicht, dass es nach dem Darmstadt-Spiel, obwohl da ja auch sehr viele Leute zusammengekommen sind und auch sicherlich nicht jeder eine Maske aufhatte, gab es kein nachweisliches Impfgeschehen, Entschuldigung, Infektionsgeschehen. In Karlsruhe. In Karlsruhe und das ist für mich schon auch ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt, weil wenn ich 5000 Leute auf einer Tribüne habe und es passiert null, dann wird bei 10.000 auch nicht mehr passieren, gehe ich jetzt einfach mal naiverweise davon aus. Und, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, also, es ist zwar so, dass sich die ganzen Ultraszenen nicht abgesprochen haben, dass sie irgendwie den gleichen Weg gehen, aber es ist doch fast überall ähnlich, auch die Argumentation ist überall ähnlich und auch die ganz großen Szenen, so wie die kleineren, also bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel auch Ausnahmen, die eh kein Mensch interessiert, wie Red Bull oder sowas, die, 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 bis auf ein paar kleine Ausnahmen haben es eigentlich alle mit so durchgezogen und natürlich ist, birgt das Ganze auch eine gewisse Gefahr, weil es gibt natürlich auch Stimmen, die dann sagen, hey, was ist es eigentlich, wenn es sich jetzt doch nach, im nächsten Jahr nichts ändert, und ja, aber es ist, wir müssen im Moment tatsächlich von Maßnahme zu Maßnahme entscheiden, was wir machen, aber man kann natürlich nicht eine gewisse, eine gewisse Einstellung haben und nur, weil man das jetzt eine gewisse Zeit durchhalten muss oder durchsetzen muss, kann man dann nach ein paar Wochen oder Monaten, egal wie weh es tut, kann man nicht einfach umkippen, ja, also das, dann wäre es ja von Anfang an nicht ehrlich gewesen und dann wäre auch der ganze Aufwand umsonst gewesen, auf was man alles verzichtet hat und deswegen agieren fast alle deutschen Ultraszenen, Schrägstrich Fanszenen eigentlich ähnlich wie wir. Inwieweit seid ihr denn zwecks eurer Aktion auch mit den anderen Gruppierungen im Austausch, jetzt vielleicht auch mal im Blick zu befreundeten Gruppierungen, ich blicke da jetzt mal nach Berlin zum Beispiel. Ja, also Berlin, also einen Austausch gab es bisher diesbezüglich gar nicht, zumindest ist mir keiner bekannt, im Gegensatz zu anderen früheren fanpolitischen Themen ist das jetzt eben halt eine Sache, die ja auch länderspezifisch noch dazu kommt, dass es da einfach so viele unterschiedliche Maßnahmen gibt, aber einen direkten Austausch gab es meiner Meinung nach nicht, weil es wahrscheinlich auch gar keinen Sinn machen wird, weil die Ansichten zwar größtenteils gleich sind, aber das Ganze hat ja jetzt nichts mit so einer fanpolitischen Aktion eigentlich nichts zu tun, sondern es ist ja eine globale Pandemie, wo alle darunter zu leiden haben und deswegen kann da halt hat da halt wahrscheinlich jede Szene ihre eigene Meinung dazu und da wurde sich also diesbezüglich nicht abgesprochen, auch wenn es tatsächlich so aussieht. Ja, aber dass du auch mal privat jetzt mit anderen Leuten schreibst, aus anderen Bundesländern, von anderen Fans, dass ihr euch darüber im Austausch seid, ist dann auch nicht, oder? In meinem Fall, ich sage es oft tatsächlich, ich hasse es voll, ich habe es gerade jemand anderem vorgeworfen, der es sehr oft tatsächlich benutzt und jetzt habe ich es auch gemacht. Nein, also gab es im Moment einfach nicht. Normalerweise wäre das schon wahrscheinlich, dass man sich da auch abspricht und dass es auch gewisse Treffen gegeben hätte, aber allein bei einem Treffen wäre es ja schon in den letzten Monaten gescheitert. Die Reise, es wäre ja fatal gewesen, wenn man jetzt sagt, wir akzeptieren zwar die Corona-Richtlinien, aber wir fahren mit 500 Leuten, also von allen Vereinen kommen irgendwo zusammen, wäre ja der totale Hot, Hot Spread, Hotspot, Hotspred. Aber ich wollte nur darauf hinaus, vielleicht habt ihr euch digital mal ausgeschaut, das ist ja auch möglich. Nein, also wir hatten genug mit uns selber zu tun und genug auch mit unseren eigenen, mit unserer eigenen Szene zu tun, wie und was man macht, deswegen, da gab es meiner Meinung nach wenig, wenig, Mag sein, dass es ein paar gab, dass mal so ein paar Meinungen schon mal eingeholt wurden, aber ich speziell war da nicht dran beteiligt. Okay. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zum Verein und zu dem Sportlichen. Mal eine ganz einfache Frage, wo schaust du denn eigentlich dann gerade die KSC-Spiele? Stehst du dann vorm Stadion mit dem Handy und Sky-Ticket oder wie machst du das? Also ich stehe bei den Spielen irgendwo vorm Stadion, aber meistens irgendwo, wo ich meine Ruhe habe. Und ich habe auch schon in die Spiele reingeguckt, tatsächlich, schon wieder tatsächlich, ich zahle jetzt einen Euro, ich zahle jetzt einen Euro, fällt es tatsächlich. Du zahlst es für jedes tatsächlich zwei Euro und es wird gespendet. machen wir so. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, dass immer wenn ich es angeguckt habe, das Spiel, lief es negativ für den KSC und wenn ich nur die Kicker-App aufgemacht habe und immer auf aktualisieren ging, sind die Tore gefallen für uns. Da sind wir wieder beim Aberglaube. Genau und deswegen habe ich das größtenteil so beibehalten und das war natürlich auch gerade letztes Jahr, wo wir ja auch einige späte Siege hatten. Das war natürlich mal aktualisiert und denkt, ah okay, wir sind mit dem Punkt zufrieden und eigentlich muss es doch jetzt der Abpfiff kommen und dann steht da plötzlich eben nochmal 3-2 gewonnen in Kiel oder wo auch immer. Wir haben ja einige Auswärtssiege und dann ist die Heimfahrt natürlich umso leichter und umso schöner. Ja, wahrscheinlich dann genauso wie die Heimreise der Mannschaft, wenn DJ Gersbeck wieder auflegt. Wahrscheinlich. Cool. Wie bewertest du denn die derzeitige Sportlich-Situation? Jetzt sieht es ja gerade extrem gut aus. Ich traue mich gar nicht irgendwas zu sagen. Wir wissen alle, die Saison ist lang und die Liga ist wirklich hart. Aber wie blickst du gerade so drauf? Weil man kann jetzt ja schon gerade von einem gelungenen Saisonstart sprechen, sage ich mal ganz vorsichtig. Auf jeden Fall ist der Start gelungen, aber es war auch nicht alles Gold, was glänzt, glaube ich. Wir haben auch viel Glück und da sind wir uns glaube ich alle einig, wir sind KSC-Fans und als KSC-Fan ist es leider schon so oft passiert, dass man mit dem Allerschlimmsten rechnet und wird trotzdem noch enttäuscht. Das ist geil. Und ich möchte jetzt gar nichts schwarzmalen, ich bin im Moment absolut glücklich, wir haben auch eine geile Mannschaft, wir haben gute Leute, glaube ich, dazugeholt. Absolut. Auch Charaktere dazugeholt und da wächst was in Ruhe, vor allem ganz wichtig, in Ruhe zusammen, in dem Verein ist jetzt im Moment Ruhe, die Mannschaft hat die Ruhe zu arbeiten, der Trainer macht einen sehr ruhigen und kompetenten Eindruck, das Team scheint einfach zu passen und der Erfolg tut halt noch sein Übriges dazu, weil mit jedem Sieg, den man einfährt, gibt es halt noch ein Stück mehr Ruhe und noch ein Stück mehr bessere Stimmung in der Mannschaft. Aber das kann auch trügerisch sein, weil jetzt kommt gerade so ein Spiel wie Sandhausen, auch Bremen, jeder sagt, Bremen, die haben ja überhaupt keine Mannschaft mehr, haben jetzt alle ihre paar Spieler noch verkaufen müssen, totale Rumpfelf, ja, aber es ist immer noch Bremen und die muss man auch erstmal schlagen. Aber KSC gegen Werder Bremen, geil, oder? Das klingt noch nach Bundesliga 1996. So klingt es, ja, und war auch tatsächlich zwei Euro. Nicht zu erwarten, dass... Ich zähle am Ende, als teuer. Aber erst seitdem jetzt. Genau. Jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren. Ah ja, es war nicht zu erwarten, dass Bremen absteigt, also ich hätte tatsächlich gedacht, die schaffen es noch. Es wird teuer, Daniel. Ich weiß, das ist auch für einen guten Zweck, jetzt kann ich es ja sagen. Aber es macht die Liga halt auch wieder ein Stück weit noch interessanter. Nicht umsonst haben wir jetzt so viel Tradition und so viele ehemalige Erstligisten wie, glaube ich, noch nie. Und umso schlimmer, dass man nicht zu 100 Prozent ins Stadion kann. Aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass ein Großteil der Saison noch gerettet werden kann und im Rückspiel in Bremen wir spätestens wieder drin sind. Weil in dem neuen Gästeblock war ich zum Beispiel auch noch nicht. Stimmt. Wurde auch umgebaut, das Weserstadion. Genau, den möchte ich gerne mal sehen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir spätestens im Rückspiel wieder drin sind. Du hast jetzt auch schon die aktuelle Mannschaft angesprochen und die Neuzugänge. Gehen wir dir vielleicht mal ein bisschen durch. Wie beurteilst du denn jetzt, also ich nenne es einfach mal Lukas Cueto und Fabio Kaufmann, die mir persönlich positiv auffallen? Der Kaufmann hat schon, glaube ich, viel Erfahrung. Ich kenne jetzt, ich muss jetzt sagen, ich kenne jetzt nicht so die absoluten Daten, wo der schon überall gespielt hat und wie lang und was weiß ich. Aber der hat eine gewisse Körpersprache auch, die ich sehr gut finde und die, glaube ich, nie verkehrt ist in einem Verein, egal wie viel man davon kriegt. Und wenn jeder Spieler so eine Körpersprache hat, ist es wahrscheinlich Perfektion. Auch der, wie heißt der vorhin? Lukas Cueto. Genau, der ist halt so ein quirliger Typ. Fall schnell. Er erinnert mich so ein bisschen auch an Kiriakoff-Zeiten oder vielleicht sogar Hessler, wer weiß. Und ich finde es halt, ich fand es extrem geil, natürlich nicht nur, dass meine Lotte gewonnen haben, sondern, dass die halt eigentlich alle Unhoffmann, Unschleusner ihre Tore gemacht haben. Weil jeder weiß, ein Stürmer, der keine Tore schießt, wird irgendwann an sich selber zweifeln. Und das hat mich extrem gefreut. Natürlich hätte es mich auch gefreut, wenn alle vier Hoffmann gemacht hätten. Aber das fand ich sehr gut und ich glaube, das sind zwei sehr gute Neuzugänge. Wir reden am Ende der Saison noch mal gern, wie es dann aussieht, aber im Moment sieht es schon sehr gut aus. Ich fand auch geil, dass Schleusner zurückgekommen ist. Ich erinnere mich noch, der war damals schon ein rechter Wirbelwind, pfeilschnell und extrem torgefährlich. Und für ihn hat es mich auch besonders gefreut. Das war auch, glaube ich, symptomatisch. Der macht das Tor, liegt am Boden und jubelt. Also den hast du richtig angesehen. Also ich mag Schleusner auch, habe mich auch gefreut. Allerdings sehe ich halt auch die Zeit dazwischen. Also den Schleusner, der, ich möchte ihn auf keinen Fall jetzt diesen oder so und ich bin froh, dass er bei uns ist und ich glaube, er kann uns auch wirklich helfen. Aber die Zeit jetzt, nachdem er bei uns weg ist, hat er halt auch nicht so die Wurst vom Teller gekriegt, glaube ich zumindest. Also habe ich zumindest nichts Großes jetzt gesehen. Also er gilt in Nürnberg, glaube ich, als Held, weil er in der Relegation eine Nachspielzeit das Tor gemacht hat, aber dann halt auch ließ es nicht so gut für ihn ein wenig Spielzeit. Und deswegen hoffe ich, dass er sich jetzt hier pudelwohl fühlt wieder und zu alter Karlsruher Form wieder anknüpfen kann. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Hatte allerdings gleich den ersten Gedanke, den ich hatte, als Schleusner verpflichtet wurde, dachte ich, okay, dann ist Hoffmann wahrscheinlich jetzt schon die Entscheidung. Du hast schon gedacht, das ist der Backup. Genau, gefallen, dass Hoffmann geht und jetzt haben wir toi, toi, toi im Moment beide und da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Absolut, das glaube ich auch und der Hoffi trifft einfach wieder, wie er Bock hat. Das ist irre, oder? Absolut, absolut und da gab es ja auch diese kleine Posse da Anfang letzter Saison, was natürlich heutzutage in der Fußballwelt sehr, sehr schlecht aufgenommen wird. Ich glaube, das war einfach auch schlechte Kommunikation damals. Er war auch unglücklich natürlich formuliert, aber wenn halt ein Spieler sagt, er sieht sich nicht in der Lage, wo man weiß, er möchte wechseln, er möchte in die erste Liga und er sieht sich nicht in der Lage, psychologisch, jetzt die volle Leistung zu bringen. Da gehen halt eigentlich einem Fan, gehen da die Haare hoch und das haben wir aber ganz gut hingekriegt und er hat es dann auch und er hat halt bewiesen, dass er sich trotzdem reinschmeißt, ja, und dass er da nicht wirklich jetzt irgendwas aussitzen will oder was erreichen will, sondern das war damals eine kleine Episode, die man hätte sich jetzt sparen können natürlich, aber in der letzten Saison und jetzt zeigt das ja auch wieder, auch wenn er zurecht ist, das gestehe ich ihm ja auch zu, dass er die Möglichkeit ergreifen will, in die erste Liga zu kommen. Und dass er die Ambition hat, in der ersten Liga spielen zu wollen. Ist vollkommen in Ordnung und aber solange ich sehe, dass er sich auf dem Platz für uns, solange unser Vertrag ist, zerreißt, ist es für mich in Ordnung. Ich finde es auch krass, also man sieht ihm das echt an, der haut sich in jeden Zweikampf rein, was der abkriegt und was der Räume schafft vor allem. Das finde ich das Geile bei ihm. Ist halt ein Tier. Ist halt ein Tier, ja. Besser kann man es glaube ich nicht sagen. Ja, cool, soviel zum Sportlichen. Ich will noch ein bisschen mit dir über das reden, was so im Verein auch noch passiert. Jetzt haben wir einen Stadionnamen, BB Bank Wildpark. Wie stehst du dazu? Gute Frage. Ich werde den Namen niemals benutzen. Hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass ich damit den Sponsor jetzt irgendwie schlecht reden möchte. Die BB Bank im Gegenteil. Die BB Bank hat den KSZ in den letzten Jahrzehnten schon immens unterstützt und hat auch viel in der Jugendarbeit unterstützt. Deswegen absolut ehrenhaft, denn ihr Engagement. Und auch jetzt ist es natürlich eine Unterstützung der Finanziellen, die der KSZ sehr gut gebraucht, sehr gut gebrauchen kann. Nichtsdestotrotz ist es für uns und wird es auch immer sein, das Wildparkstadion, egal was ein Sponsor jetzt da ans Stadion ranschreibt. Aber wir waren schon zumindest glücklich darüber, beziehungsweise glücklich ist falsche, Wort, aber wenigstens ist es ein Karlsruhe-Unternehmen, womit man sich halbwegs identifizieren kann. Die Farbe stimmt? Die Farbe stimmt auch, aber nichtsdestotrotz, wenn wir diesen Namen niemals verwenden, für uns wird es, wie es überall eben auch ist, Frankfurt ist Waldstadion, Dortmund-Westfalen-Stadion, Karlsruhe-Wildparkstadion, genau. Und daran wird sich nichts ändern und ich denke, der Sponsor kann das auch sehr gut verstehen, unsere Haltung und ich glaube nicht, dass sie da was dagegen haben. Und der Name Wildpark ist ja sogar im Namen sogar mit drin. Genau. Das heißt ja nicht BB Bank Arena oder so. Genau. Das ist mit drin und das ist auch eine schöne Sache, dass er nicht irgendeinen seelenlosen Arena-Namen kriegt, aber nichtsdestotrotz muss ich es immer wieder betonen, für uns gilt der Name einfach nicht. Es gibt entweder der Wildpark oder das Wildparkstadion. Klingt auch ein bisschen sperrig. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast, mich hat ein Kumpel aus dem Norden angefragt, und mich gefragt, ob wir jetzt in Karlsruhe alle stottern, weil er die BB Bank nicht kannte. War witzig, aber trotzdem aller Ehren wert. Und ich finde es eigentlich auch krass, dass der Verein es schafft, ein nicht ganz fertiges Stadion zu vermarkten. Das klingt, glaube ich, auch nicht jeder hin. Wahrscheinlich, ja. Und wie du es gesagt hast, also wenn ich auch noch kurz meine Meinung dazu abgeben darf, ich finde es aller Ehren wert, dass die sich engagieren, dass der KSC auf einmal Erlösmöglichkeiten kriegt. Das ist ja eigentlich auch nur positiv zu erwähnen. Die auch gar nicht so zu erwarten waren, weil wir haben wir dann natürlich auch im Austausch mit dem Verein, und es hieß für lange Zeit, dass diese Möglichkeit, über die Vermarktung des Stadionnamens da Gelder zu generieren, da hieß es eine lange Zeit, dass sozusagen der Zug abgefahren wäre, dass man da gar nicht mehr so viel Geld dafür bekommt, und dass es auch gar keine Interessenten mehr groß gibt, und hat sich jetzt zum Gegenteil gewandt, und man sieht, es geht doch, und es ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter, lukrativer Vertrag. Aber Wildparkstadion für immer. Und wir werden auch alle sagen, fahr mal aus in der Wildpark, oder da fahr mal aus in der Wildpark, daran wird sich auch bei uns nichts ändern. Genau. Es gab auch sehr viele vereinsinternen Entwicklungen. Das letzte Mal, als ich mit dir gesprochen habe, war, glaube ich, sogar Inge Wolltreuther noch Präsident. Genau. Und ja, erzähl doch mal so ein bisschen, ohne jetzt mega nochmal komplett einen Rückblick zu machen. Wie bist du denn, wie stehst du dir den vereinsinternen Entwicklungen gegenüber? Also neues Präsidium, hat sich da auch vielleicht im Umgang mit euch Fans was verändert? Wie nimmst du das so wahr? Also, was natürlich jeder KSC-Fan oder jeder Interessierte feststellen kann, ist, dass wir eigentlich die komplette letzte Saison eigentlich eine totale Ruhe im Verein hatten. Es gab überhaupt kein Störfeuer, es gab keine Querschüsse. Mag sein, dass es im Hintergrund vielleicht passiert ist, aber man hat nach außen nichts mitgekriegt. Und es war natürlich auch ein Checkpot für die Entwicklung der Mannschaft, mit Sicherheit, dass man sich da in Ruhe entwickeln konnte und dass eben der Fokus auf dem Fußball war und nicht auf irgendeinen negativen Schlagzeilen. Ich kenne natürlich viele Leute jetzt im Verein und weiß auch, wie gewisse Abläufe funktionieren. Ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass wir auch im operativen Geschäft so zwei Leute haben, wie den Michael Becker und den Fabian Herrmann. sind für mich überaus kompetente Leute und wir haben es über die Jahre haben wir jetzt eine Zusammenarbeit erreicht, dass man einfach sich gegenseitig respektiert und darüber hinaus auch die Meinung der anderen einholt. Und das passiert sehr oft und Gott sei Dank passiert das sehr oft und es ist einfach eine gute Situation im Moment. Es ist auch jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt immer mal wieder einen kleinen Ausreißer, aber das ist ja normal und da kann man auch darüber reden dann. Aber die allgemeine Entwicklung mit dem neuen Stadion jetzt auch, sollte es dann irgendwann mal komplett fertig sein und wir dann in einer sportlichen Situation sein, die vielleicht auch irgendwann in drei, vier, fünf Jahren auch mal die erste Liga vielleicht wieder im Fokus sieht oder nicht im Fokus oder zumindest in Reichweite, besser gesagt. Ich finde, es sollte nicht das Ziel sein, sondern man soll darauf hinarbeiten, sich in der zweiten Liga zu konsolidieren und Schulden abzubauen. Gerade jetzt waren ja viele Schulden abgebaut. Durch Corona kamen jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Millionen neue Schulden dazu, was natürlich für den KSC fatal ist und deswegen, aber ich bin absolut zuversichtlich, dass wir in eine geile Zukunft steuern, weil an den richtigen Leuten, an der richtigen Positionen die richtigen Leute sitzen. Da gab es schon ganz, ganz andere Zeiten, wo wir eigentlich nicht gewusst haben, ob wir in der nächsten Saison überhaupt noch eine Mannschaft haben, ob wir noch einen Verein sind. Nach dem Abstieg Regensburg standen wir wirklich vorm Nichts. So kam es mir zumindest vor. Und da, also das stimmt mich schon zuversichtlich, dass wir da eine richtig, eine richtig gute Linie im Moment fahren. Auch, was ich auch sehr, sehr gut finde, weiß gar nicht, ob das nach außen so bekannt ist, aber der KSC hat ja auch jahrelang, jahrzehntelang gewisse Budgets nicht eingehalten und wenn es dann noch um Spielerverpflichtung ging, dann hat man halt doch noch mal sich irgendwo Geld klient und doch noch mal den angepumpt, weil wir brauchen und das hat sich jetzt aber meines Wissens komplett abgestellt. Das Budget wird eingehalten und wird strikt eingehalten und was drüber hinaus geht, geht halt einfach nicht und trotzdem haben wir jetzt so eine Mannschaft auch auf dem Platz stehen, mit der sich glaube ich jetzt schon jeder im Stadion identifizieren kann. Da sind Typen dabei, da sind auch Leistungsträger dabei, da haben sich Leute auch gut entwickelt, die aus unseren eigenen Reihen kommen und was will man mehr? Also ohne dass man sich jetzt groß verschulden muss, ohne dass man Panikkäufe macht, die gar nicht ins Mannschaftsgefüge passen, die wir auch schon hatten und deswegen gucke ich eigentlich in eine rosige, blau-weiße Zukunft. Cool, ja. Ja, ich sehe es auch ähnlich, wenn man so ein bisschen die Entwicklung betrachtet. Stichpunkt Entwicklung, Christian Eichner, finde ich, hat sich echt zu einem richtigen Glücksfall für den KSC entwickelt. Als er angefangen hat, war ich mir nicht ganz sicher, ob das gut geht, war vielleicht auch mit ein bisschen Risiko verbunden. Wie blickst du auf seine Entwicklung? Ich durfte ihn jetzt auch schon persönlich kennenlernen und echt ein feiner Kerl, fachlich wie sportlich, wie persönlich. Also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt, als er noch Spieler war und da hat er sich ja dann doch den einen oder anderen Fettnäpf geleistet, auf dem er ihn auch mehr als einmal... Das muss ich jetzt erzählen. Naja, das sind ja bekannt, also diese Fettnäpfel sind ja bekannt, also da gab es so die paar Aktionen rund um das Derby damals gegen die verbotene Stadt. Ich kann es auch piepsen, wenn du magst, das ist auch geil, oder? Nee, das ist zu viel Aufmerksamkeit. Als da diese eine Leuchtkugel in seiner Nähe runterkam, was definitiv absoluter Zufall war. Ich meine, dass da Leuchtkugeln auf den Platz geflogen sind, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Manche fanden es gut, manche nicht, egal. Aber dass da jetzt einer in der Nähe von Eichner runterkam, war kompletter Zufall, aber es wurden halt über die Medien und alles wurde halt da fast schon ein Mordanschlag draus gemacht. Und Eichner hatte ja dann damals Anzeige gegen Unbekannt erstattet, also gegen die Fanszene sozusagen, was natürlich extrem schlecht ankam, aber im Nachhinein haben wir dann auch erfahren, dass er dazu gezwungen wurde von unserem aller Freund Rolf Domen. Okay. Okay, habe ich gehört, nicht dass da jetzt irgendwelche gerichtlichen Verfahren nach sich zieht. Und dann hat er natürlich auch ein riesen Fauxpas sich geleistet, dass er nach dem Derby das Trikot getauscht hat mit einem Stuttgarter Spieler und es dann auch noch angezogen hat und vor die Kurve kam. Sag ich, also habe ich damals gesagt, Christian, was hast du noch dabei gedacht? Ja, er hat halt nichts dabei gedacht. Genau, das war der Grund. Gut, Fehler sind menschlich. Genau, Fehler sind menschlich. Er hat sicherlich auch daraus gelernt. War auch nicht so schön, dass er damals nach Hoffenheim dann gewechselt ist, haben auch viele Übel genommen. Aber Strich drunter, der hat seine, denke ich, sein Lehrgeld dafür bezahlt. Die Trainer, die Trainerkarriere, also am Anfang war ich skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Dachte ich, das ist vielleicht noch eine Nummer zu groß für ihn. Aber er hat es bewiesen. Er strahlt eine absolut angenehme Ruhe, finde ich, aus. Voll. Also nicht, dass er jetzt zu stoisch wirkt, sondern er ist eben zwar immer angespannt und so, aber trotzdem denkt man nie an Hektik oder so und das finde ich sehr beruhigend. Auch er spielt ja auch passiv mit, was ich eigentlich auch von einem Trainer heutzutage erwarte, dass er eben auch mit von der Partie sozusagen ist und die Ergebnisse geben ihm halt eindeutig recht. Hat mit Siyad auch mit seinem Team zu tun, was glaube ich auch sehr gut passt, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich weiß zum Beispiel auch, weiß nicht, ob das jetzt ein Interner ist, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Wir können es einfach als Gerücht verkaufen. Als Gerücht, genau. Gerüchteküche, dass schon einige Bundesligisten den im Fokus haben. Absolut, der weckt Begehrlichkeiten. Und also, dass es eben auch schon definitiv welche gibt und ja, aber ich, das wäre glaube ich jetzt kein, keine gute Entscheidung für ihn, sowas jetzt in Erwägung zu ziehen, weil hier hast du die einmalige Chance, was von fast null auf aufzubauen und wenn dann eben noch die Basis in Form vom Stadion dazu hast irgendwann, dann sind wir hier auf einen Schlag in einem anderen Kosmos fast schon. Und da wäre, also fände ich schade, wenn er da jetzt vorab abspringen wird, weil ich glaube schon, dass es der Richtige ist, zumindest im Moment. Voll und er hat ja auch bei uns im Podcast gesagt, er freut sich wirklich jeden Tag beim KSC zur Arbeit gehen zu dürfen. Man merkt, er lebt das auch total. Er weiß glaube ich auch zu schätzen, was er hier hat am Umfeld, an der ganzen Basis. Wohnt ja auch glaube ich gar nicht so weit weg von Karlsruhe, also ist hier auch gut sesshaft geworden. Und weil du jetzt ein paar negative Fauxpas genannt hast, möchte ich noch einen positiven nennen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das ist glaube ich schon eine Weile her, er war mal bei SWR Sport zu Gast und wurde glaube ich da von der Moderatorin gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, irgendwann mal vielleicht sogar zum VfB zu wechseln, wenn da ein Angebot käme und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob sie gefragt hat, ob er sich in die Bundesliga, ich glaube sie hat konkret am VfB gesagt und er hat gesagt, auf keinen Fall und hat sie gesagt, sowas wie niemals, unter keinen Umständen und er hat gesagt, niemals, unter keinen Umständen schließt er kategorisch aus. Also er hat draus gelernt, Daniel. Okay. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen damals und fand es natürlich auch, so ein Statement hört man natürlich immer gern, solange es nicht nur leere Luft ist. Wir haben leider auch schon, auch in Karlsruhe, auch schon oft Statements gehört, die riesig, riesig aufgepustet waren und im Endeffekt halt doch nur heiße Luft waren. Ich kaufe es ihm total ab. Ich auch, ich auch, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, sondern ich sage nur, wir sind speziell in Karlsruhe sind halt auch ein bisschen gebrannte Kinder, haben auch schon einiges, die Spieler, die man meistens ins Herz geschlossen hat, sind dann auf einmal, wollten auf einmal dann weg, weil sie dem Geld hinterhergerannt sind. Deswegen, wir sind immer vorsichtig, jemanden so auf ein gewisses Podest zu stellen und aber so Aussagen helfen halt auf jeden Fall dazu bei, dass wir oder dass die Fans halt einfach denken, das ist der Richtige, weil mit so Aussagen kommt man halt einfach auch richtig an. Absolut. Jetzt hast du es vorher noch schon mal angedeutet, Stadionneubau, neuer Wildpark, Vision Wildpark. Wie gefällt dir denn der neue Wildpark und mit welchen Gefühlen blickst du jetzt auch auf den Stadionneubau? Ich habe damals schon gesagt, ich sehe den Stadionneubau natürlich, als einer der wenigen habe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, weinend natürlich aufgrund Tradition, wird abgerissen. Ich war da schon als kleines Kind. Erinnerung? Viele Erinnerungen, auch viele schlimme Erinnerungen, schöne Erinnerungen. Es war einfach, das war einfach ein Teil von meinem Leben. Aber nichtsdestotrotz waren wir als Fanszene in diesem Stadion wie in einem Käfig gefangen. Wir konnten uns 0,0 entwickeln. Die Struktur, also auch das, es wurde dann auch der A4-Block, wurde uns ja dann auch noch abgeschnitten durch diesen Korridor. Da war dann auch leider die Anbindung nicht mehr so gut und der L-Block, der Kernblock, der war ja auch mikroskopisch klein eigentlich. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dann muss dieses, also auch als Fanszene, nicht nur als Verein, sondern auch als Fanszene, dann muss so ein Stadion einfach kommen, weil anders wäre es nicht gegangen. Da wäre man ewig auf der Stelle getreten. Und dann haben wir, im Speziellen auch die Supporters und auch wir Ultra, also die aktive Fanszene, hat ja von Anfang an auch schon klargemacht, was sie sich wünschen, was in dem Stadion, wie das Stadion aufgebaut sein soll, was die Stehplatzsituation angeht. Ihr wurdet da aktiv mit eingebunden, gell? Quasi. Eingebunden, am Anfang wurde unsere Meinung gehört, ja, und dann hieß es, mal gucken so auf die Art, ob man es umsetzen kann und wie und es wurde dann aber immer konkreter und mittlerweile, also auch bevor das Start, der Stadionbau schon begann, wurden wir tatsächlich abgeholt und unsere Meinung eingeholt. Es klingelt in der Kasse. Genau, es klingelt. Ich mache es jetzt mit Absicht. Okay. Bringt mich aber immer aus dem Takt wieder. Ihr wurdet abgeholt. Genau, abgeholt auch, was wir uns wünschen, was speziell die Ultrabelange sind, was braucht ihr, was die, allein schon Sachen wie Zaunhöhe oder Abtrennungen im Block oder Podestsituation oder Beschallungsanlage, sind ja alles Sachen, das muss man besprechen, weil das ist ja alles Teil vom Stadion. Und wenn ich das jetzt heute angucke, auch wenn es jetzt bisher nur ein halbes Stadion ist, aber ich sehe meine Kurve, meine zukünftige Kurve, und ich rede jetzt auch mal nur von der Kurve, ich hätte sie mir kaum besser selber mit Lego nachbauen können oder vorbauen, keine Ahnung. Ich finde sie, sie ist nicht perfekt, muss ja auch gar nicht sein, aber sie ist nahe dran. Die Mundlöcher zum Beispiel, die hätte ich mir ein bisschen, also entweder kleiner, also die Eingänge, die Löcher, die einfach, die sind bei anderen Vereinen ja noch viel tiefer, was nochmal die Kurve, eigentlich den unteren Teil der Kurve nochmal verkleinert. Gott sei Dank sind die bei uns relativ hoch angesetzt, das haben wir eigentlich auch, das war auch eine Voraussetzung, das haben wir gewollt. Und eigentlich wollten wir auch nur zwei ursprünglich, jetzt sind es drei, glaube ich. Drei eigentlich. Müsste ich auch nachschauen. Nichtsdestotrotz war das, wenn ich die Tribüne heute angucke und wie viele Stehplätze wir jetzt da zur Verfügung haben. Das ist geil. Und auch, dass wir einen guten, großen Gästebereich haben, weil das war uns auch immer wichtig, dass ein Gästebereich auch genügend Stehplätze hat. Und ich glaube, es wird ein absolutes Schmuckkästchen werden und allein unsere Tribüne, die Gegengerade, wie sie auch weiterhin heißen wird, die ist einfach ein Teil aus einem Traum von mir, würde ich fast sagen. Cool. Ja, schöne Worte. Und ich glaube, die Vorfreude ist trotzdem groß. Das wird ein geiler Hexenkessel, bin ich mir sicher. Ich fand es jetzt schon gar nicht so leise, als da in Anführungszeichen nur 10.000 drin waren und ohne organisierten Support ihre Stimmung gemacht haben. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, ich habe, um nochmal ein bisschen auf die Liga und das Sportliche jetzt abzurunden am Ende der Sendung, ich habe mir den Sport1-Zweitliga-Doppelpass angeguckt mit Olli Kreuzer und da war auch ein Sport1-Moderator dabei. Den Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber mir ist eine Aussage von ihm so ein bisschen im Kopf geblieben. Die haben versucht, so ein bisschen auf die Zweite Liga zu blicken, was ja brutal ist mit den ganzen Vereinen, die da gerade drin sind. Und er hat gesagt, es gibt halt einfach gewisse Vereine, die aufsteigen müssen. Also das ist vorgegeben. Das ist Schalke, das ist Bremen, das ist der HSV. Die müssen hoch. Die haben den Druck. Jetzt gibt es Vereine, die haben diesen Druck nicht. Er hat da auch den KSC genannt. Wahrscheinlich noch mit einer Liga mit Hannover, Nürnberg, Düsseldorf kann man nochmal drüber streiten. Aber was er halt gemeint hat, ist, dass diese Vereine in dieser Riege, wo er auch den KSC genannt hat, dass der Schlüsselfaktor sein kann, dass die keinen Druck haben und ihr Ding machen können. Gefestigter Kader, keine Abgänge, gute Neuzugänge, haben wir alles gerade drüber gesprochen. Wie siehst du das? Kann, ich will jetzt überhaupt nicht vorweggreifen oder eine Prognose treffen, aber siehst du das ähnlich? Kann das für den KSC tatsächlich der Faktor sein, dass wir jetzt ohne Druck aufspielen, Spiel für Spiel, jetzt 5 Euro von mir ins Phrasenschwein, Spiels-für-Spiel-Denken? Da sind wir schon bei 5. Ich dachte 2 Euro. Ne, tatsächlich 2 Euro und Phrasenschwein sage ich immer 5 Euro sprichwörtlich, aber jetzt schrifte ich ab. Siehst du das ähnlich, dass der KSC einfach sich das extrem zu Nutzen machen kann, ohne Druck aufzuspielen und am Ende sind wir da lachende Dritte? Also ich glaube, in Karlsruhe hat man nie keinen Druck, weil da ist einfach die Mentalität hier in Karlsruhe, hat sich zwar auch verändert, glaube ich, ein bisschen, aber es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Leute, die den KSC nur in der ersten Liga sehen und nicht irgendwo anders. Der KSC muss in der ersten Liga sein. Also diese Tendenzen, die gibt es mit Sicherheit immer noch und auch nicht wenig und wahrscheinlich auch innerhalb vom Verein. Jetzt haben wir es aber, glaube ich, in der letzten Zeit schon auch geschafft, diese Mentalität und diese DNA, wie es ja mittlerweile auch marketingtechnisch benutzt wird, aber tatsächlich diese DNA. Meine Heimat. Genau, was ja alles absolut auf den Punkt das trifft, was uns ausmacht. Finde ich auch. Und wir haben da, glaube ich, schon mittlerweile viele Leute auch ein bisschen auf den Boden runtergeholt mit diesen Statements, dass man einfach sagt, wir sind zurecht im Moment in der zweiten Liga und das ist auch gut so, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir hätten auch, wo wir nur Kaiserslautern angucken, die wären jetzt fast aus der dritten Liga abgestiegen, so kann es eben auch gehen. Und der Druck ist schon immer da, aber auch, wie ich, glaube ich, mitgekriegt habe, haben auch die HSV-Ultras einen offenen Brief an einen Verein, glaube ich, geschrieben, wo die auch eben reinschreiben, verabschiedet euch mal von diesem, wir müssen unbedingt aufsteigen, der Zug ist abgefahren. Wenn man es in so einem so vielen Versuch nicht schafft, dann wird man es im nächsten wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und bringt einfach die Leistung, die wir von euch erwarten und geht als Mannschaft vom Platz, auf die wir stolz sein können. Und genau das ist auch eigentlich unser Ding. Wenn ich sehe, die Jungs zerreißen, mir wäre es egal, wenn wir die nächsten zehn Jahre in der zweiten Liga spielen. Natürlich wäre es für einen Verein lukrativer und auf Dauer wahrscheinlich auch einfach besser, weil man eine bessere Planungssicherheit hat, man hat einfach mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz würde ich gern auch zehn Jahre lang in der zweiten Liga spielen, wenn die Jungs mich glücklich machen und wenn die Jungs mich stolz machen und wenn ich rausgehe aus dem Stadion und sage, Mann, das war heute mein KSC. Das habe ich in den 80er-Jahren schon zurückgefallen. Und das gefällt mir auch heute noch so, weil wenn ich das Gefühl habe, die zerreißen sich, dann ist es halt auch mal egal, wenn man ein Spiel knapp verliert, weil es war einfach, es war echt. Es war keine Schau, da hat sich auch keiner jetzt hier über allemaßen affektiert oder verhalten und Hauptsache ich mache mir die neuen Schuhe nicht dreckig oder das Haarband verrutscht mir dauernd oder irgendeinen Scheiß, sondern die Jungs haben sich zerrissen, die waren danach dreckig und vielleicht haben sie gewonnen, vielleicht haben sie verloren, aber das war der KSC, der da gespielt hat. Aber natürlich ist es so, dass wenn der Druck nicht so immens hoch ist, dass man sich einfach auch viel besser entwickeln kann, dass sich auch junge Spieler besser entwickeln können. Ich bin auch der Meinung, wie viele andere glaube ich auch, dass wir ohne Corona vor zwei Jahren wahrscheinlich abgestiegen wären, weil diese letzten vier Spiele, die dann ausgespielt wurden, da wäre der Druck natürlich mit Zuschauern noch um einiges größer gewesen und wenn man dann halt in der Situation ein Spiel verliert und die Zuschauerreaktion danach noch hat, dann gibt es ein für das nächste Spiel wahrscheinlich gerade den nächsten Knack und Knacks. Und deswegen war das vielleicht sogar ein kleiner Pluspunkt für uns, auch die Saison darauf, die ganze Corona-Saison, haben wir auch schlecht gestartet und haben uns dann aber auch wieder gefangen und haben eine super Saison hingelegt mit Auswärtssiegen, so viel wie wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren zusammelt hatten. Das stimmt, das war echt irre. Und auch Spiele gewonnen, wo man so in letzter Sekunde so Big Plays mal gemacht, wo natürlich wunderbar gewesen wäre, wenn man im Stadion gewesen wäre, so ein 93. Minute, 3-2-Sieg-Treffer und kein Mensch steht mehr auf seinen Füßen im Block, weil alles übereinander purzelt. Jeder zwei rein tiefer. Wäre wunderschön gewesen, war leider nicht so, aber wahrscheinlich hat uns die Situation in die Karten gespielt und einfach ein bisschen geholfen, weil sie den Druck auch gerade von den jungen Spielern ein bisschen genommen hat. Und mittlerweile haben sich die Jüngeren, glaube ich, auch ganz gut gefestigt und sind wahrscheinlich jetzt bereit, auch mit Zuschauern wieder, weil das wird für die natürlich auch eine Umstellung sein wieder. War es jetzt wahrscheinlich auch. Aber wenn natürlich dann ein Spiel relativ gut läuft, wie jetzt auch gegen Darmstadt, und die Atmosphäre im Stadion dann halt auch da ist, dann ist es natürlich auch für einen Spieler eher beflügelnd. Aber wenn man, das sind wir uns ganz sicher und bestimmt auch einig, es wird auch wieder Spiele geben, die nicht mehr schön aussehen und die nicht mehr so gut, die Mannschaft nicht mehr so gut dasteht. Und dann, wenn dann halt auch, es gibt auch immer Bereiche im Stadion, die wird es auch im neuen Stadion geben, die halt schon bei den ersten ein, zwei Fehlpässen anfangen zu pfeifen. Das sind natürlich dann nicht wir aus der Kurve. Bei der Haupttribüne Bruttler. Genau, und das hat natürlich auch immer Spuren hinterlassen bei den Spielern, gerade bei jungen Spielern, sei es Verunsicherung oder auch vielleicht auch einfach einen gewissen Hass auf die Leute. Aber das stört er dann auch nur bei der Konzentration auf sein Spiel. Also ich glaube, dass es, natürlich gibt es Mannschaften, die existenziell wichtig aufsteigen müssen, wie wahrscheinlich Bremen, wenn sie überhaupt noch zwei Jahre in der zweiten Liga überleben können, weiß ich nicht mal. Ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Aber ich finde es gut, wenn der Verein weiterhin die Linie fährt, zu sagen, wir gucken, wie sich es entwickelt. Wenn man irgendwann die Möglichkeit hat, wäre es natürlich auch idiotisch, hier ein paar Spieltage vor Ende zu sagen, wir können es schaffen, wir wollen es dann nicht, sondern es wäre zu früh, dann natürlich durchziehen. Aber dann würde ich mir halt auch wünschen, dass der Verein auch entsprechend bei einem unerwarteten Aufstieg auch entsprechend handelt und das Ganze wirklich als Geschenk sieht und nicht als Möglichkeit jetzt auf Teufel komm raus, als Trittbrett, um auf Teufel komm raus in der ersten Liga zu bleiben und dann wieder mit Panikkäufen und von der Linie weggehen und vielleicht auch einen Trainer entlassen, weil man einfach die Ergebnisse nicht kriegt. Da würde ich lieber sagen, sack die Kohle ein, konsolidier dich, mach den Verein gesund damit und geh mit dem gleichen Team wieder runter. Leichter gesagt als getan, weil wir kennen eben Karlsruhe, wir kennen auch die Leute im Stadion, auch bei uns selber. Ich meine, bei uns selber wäre es auch nicht leicht, so eine Saison zu erleben, wo man halt sang- und klanglos einfach wieder absteigt. Da würden ja bei uns genauso auch die Stimmen wieder lauter. Da geht es gebrudellos. Genau, da geht es gebrudellos. Und dann heißt es halt auch meistens wieder, die allererste Floskel, die kommt, die kämpfen ja eh nicht, die müssen wenigstens kämpfen. Das heißt, die können sich zerreißen auf dem Platz, aber wenn du fünf Spiele hintereinander verlierst, dann hast du halt einfach nicht gekämpft. Punkt. Ist so. Ja gut, ich finde es ja gut, dass wir aktuell nicht so viel zu brutteln haben. Das ist ja echt so eine Situation, die man als KSC für nicht unbedingt gewohnt ist. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über Druck, wie es sein kann. Meine letzte Sache wäre jetzt noch, ich muss jetzt natürlich festnageln, Daniel. Du musst mir jetzt natürlich sagen, wo landet der KSC am Ende der Saison? Wir haben schon im Podcast intern viel getippt. Ich habe uns auf Platz sieben getippt, dass wir uns einfach gesund halten. Natürlich freue ich mich über jede Platzierung drüber, aber einstelliger Tabellenplatz ist natürlich Weltklasse. Nimmt mal weiterhin mit. Was sagst du, was glaubst du, wo landet der KSC am Ende? Also ich tippe mal grundsätzlich nie, weil ich da auch kein glückliches Händchen habe. Wo sehe ich den KSC am Ende der Saison? In einem Stadion mit voller Tribüne sehe ich den KSC. Schönes Bild. Nehme ich auch. Und natürlich wäre ein einstelliger Tabellenplatz schön. Würde mich sehr freuen. Aber ich würde es niemals als Ziel ausgeben. Sondern ich will am Ende der Saison, will ich sagen können, wäre auch schön, wenn es keine Zittersaison wird. Dass man einfach vielleicht kurz vor Ende noch die Möglichkeit hätte, irgendwie theoretisch anzugreifen, damit die Spannung auch weiter drin ist. Aber dass man einfach mit unten nichts zu tun hat. Weil da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Die Angst, gerade bei so finanziell eher schwach aufgestellten, vor allem im KSC, die Angst vor einem Abstieg, die ist halt einfach auch existenziell oft. Und es ist halt einfach nicht nur ein Abstieg, dass man in eine andere Liga kommt. Sondern oftmals, gerade jetzt hat es ja diese Situation wieder gezeigt aktuell, dass es da halt wirklich auch an das Weiterbestehen von dem Verein geht. Und dann, wenn uns das halt irgendwann mal genommen würde, dann können wir den Ofen ausmachen. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen, Daniel. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir hier im Fanprojekt Face-to-Face mit genügend Sicherheitsabstand und unter Einhaltung alle Regeln natürlich aufnehmen konnten. Ich finde es sehr schön, im Angesicht zu Angesicht aufzunehmen. Das ist echt was ganz anderes und was total Schönes. Ich würde sagen, zum Abschluss, ich zähle die Tatsächlichs von dir. Dann haben wir gesagt, pro Tatsächlich 2 Euro und ich verdoppel das Ganze und du entscheidest, wohin du musst spenden. Okay. Kannst du dann jetzt machen oder im Nachhinein, was dir lieber ist. Überlege ich mir was. Überlegst du dir was, sagst du mir Bescheid und dann geben wir das bekannt. Finde ich schön und dann hat das wenigstens auch noch einen guten Sinn. Auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank. Die letzten Worte gebühren immer meinem Gast und ich sage danke, dass du da warst. Das war sehr interessant und Stage is yours. Danke, dass ich da sein durfte und es sollen einfach alle KSC-Fans sich dessen sicher sein, dass auch die Leute, die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, zu 1000% dicke KSC-Fans sind und es soll da auf keinen Fall irgendein Graben dadurch entstehen zwischen Ultras und Kurve, sondern wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Geduld und dann werden wir das ganze Ding komplett abreißen. Das sind schöne Schlussworte, besser kann man es gar nicht sagen. Danke Daniel, alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald im Stadion. zum nächsten Mal.